Und ein herzliches Willkommen zurück bei Mario Tennis Aces im Online-Turnier. Ich bin von New York Gameplays als Hobby und wir machen jetzt den fünften Versuch in einem Turnier mal zu gewinnen. Und zwar, ich habe ja gesagt, wir nehmen jetzt vielleicht doch mal jemand anderes. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme vielleicht auch mal Koopa. Schauen wir mal, wie gut wir uns mit dem schlagen. Suchen wir mal einen neuen Gegner. Rath mit Peach. Okay. Fangen wir mal an. Die erste Runde. Deinein. 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 Die erste Runde. Deinein. Die nächste Runde. Der. Oh Mann, Mist. Meine Güte. Da habe ich direkt zu Anfang so einen Stress. Der war auch noch halbbar für mich. Hey, ich war doch dort. Das gibt es doch nicht. Jetzt gewinne ich doch nicht mal mehr die erste Runde oder was? Warum? Den Ball hätte ich doch echt noch kriegen müssen. Ich war sogar noch rechtzeitig da. Ich habe eigentlich auch genügend Energie. Ich hätte eigentlich mal einen Spezierschlag machen können. Ich meine, der Kopa ist wirklich ziemlich schnell. Oh, geht doch. Was habe ich mir denn da jetzt schon als Gegner bekommen? Na toll. Das ist ja ein Punkt geworden. Das ist ja ein Punkt. Das ist ja ein Punkt. Das ist ja ein Punkt. Hm. Hmmmm. Das gibt's noch nicht. Jetzt fliege ich sogar schon in der ersten Runde raus. Ey, nee. Ich meine, Raph, echt geiles Spiel. Aber das war ja purer Stress direkt von Anfang an. Unfassbar. Uh, ein Punkt. Oh, hier, 3947 Punkte. Ja, der hat natürlich schon Erfahrung. Meine Fresse, nee. Junge, Junge, das war heftig. Aber Cooper ist wirklich verdammt schnell, habe ich gemerkt. Mit dem kommt man echt gut am Battle dran. Natürlich, irgendwann kommt man eben nicht mehr am Ball dran. Dreimal habe ich es nicht verstanden, wieso ich den Ball nicht mehr erwischt hatte. Ich war sogar beim Ball pünktlich, sage ich jetzt mal, mit meinem Trick da, mit diesen Rüberrutschen schnell. Ähm, aber irgendwie hat das nicht funktioniert gehabt. Kann ich nicht nachvollziehen, warum. Aber gut, okay. Also wie gesagt, herzlich willkommen, Schwerf. Das war ein gutes Spiel, hat mir gefallen. Auch wenn ich verloren habe. Und euch hat es hoffentlich auch gefallen. Euch Zuschauer, ihr dürft es mir gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Und ihr dürft mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts weiter verpasst. Auf jeden Fall, das war Mare Tennis Aces im Online-Turnier mit von Löher Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Viel Spaß noch auf YouTube. Tschüss.